hallo leute heute sind wir bei dem belz kulturcafé jetzt drehen wir uns einmal nach rechts da ist ein außenbereich da steht eine bowlingbahn so hier ist es kaffee unten da gehen wir jetzt gleich rein so sieht das aus vom eingang und wir gucken jetzt gleich mal nach rechts weil da ist vielleicht etwas was für den ein oder anderen von euch von von interesse ist und zwar hinter der theke in den boxen sind lauter kochrezepte wenn also jemand von euch gerne kocht vielleicht findet er hier das ein oder andere rezept das er nicht kennt so links auf die tanzflöcher so das ist der eingang zur küche und da oben die mailbox da könnt ihr wenn ihr rezepte haben auch rezepte reinschmeißen die kommen dann zu der rezeptesammlung unser koch freut sich so jetzt gehen wir davor zu dem orangenen schild an dem schild könnt ihr erkennen wo was am belz kulturcafé los ist an welchen tagen um die schwur so das ist der eingang zum oberen bereich und da gehen wir jetzt gleich mal links um die ecke da rein weil das sind zwei shops einmal ein pflanzenshop über selbst wachsende pflanzen und dann haben wir auf der anderen seite ein mesh shop jetzt gehen wir wieder zurück dann gehen wir die treppe hoch man kann hier auch skyboxen und häuser mieten da vorne sehen wir schon die zwei fahrstühle die nach oben führen rechts die galerie links zum dachgarten jetzt drehen wir uns einmal hier sehen wir eine weitere tanzfläche so jetzt drehen wir uns weiter nach rechts und da gehen wir jetzt vor weil links ist die bühne für die livesänger die gucken wir uns mal an so sieht die aus so jetzt gehen wir eins nach oben in die galerie so das sind so künstler ausstellungen wenn ihr euch das interessiert könnt ihr ja mal vorbeikommen und euch das mal angucken jetzt schwenken wir mit der kamera nach links und gucken wir da rein und dann schwenken wir ganz nach rechts ja so sieht das aus jetzt gehen wir eins höher zur dachterrasse zum dachgarten so sieht das aus wenn man aus dem fahrstuhl rauskommt jetzt drehen wir uns einmal um die achse da haben wir eine sitzgelegenheit da ist ein spiel da der fahrstuhl und da ist noch ein spiel da kann man sich auch hinsetzen so jetzt sind wir auf der tanzfläche man sieht es schon ziemlich viel geschmückt mit halloween das ist ja auch kurz vor halloween das dauert ja nicht mehr lange jetzt drehen wir uns einmal um die achse und da ist ja auch kurz darauf so jetzt geht es so genau So sieht das aus. Jetzt machen wir mal einen Sprung zur Kulturkaserne, wo wir hier fertig sind. So, das ist die Kulturkaserne. Alle großen Events werden hier gemacht. Keine Angst, die Kanone kann nicht mehr schießen. So, jetzt stehen wir am Eingang. Jetzt gehen wir auf die Tanzfläche. Jetzt drehen wir uns einmal um die Achse und gucken uns das alles mal an. So, das ist die Gesamtansicht von der Kulturkaserne. Und jetzt gucken wir uns Bels Kulturcafé wie auch die Öffnungszeiten an. Die SLURL poste ich unterhalb des Videos, genauso wie die Informationen zum Bels Kulturcafé. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann kommt vorbei. Das Team vom Bels Kulturcafé freut sich und ich freue mich über ihn ab. Bis bald, euer Novadini. Bis bald, euer Novadini.